Trügerische Idylle am Fuschelsee. Rund um die Villa des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch häufen sich die Ungereimtheiten. Mittlerweile sind gar wichtige Dokumente über den strittigen Kauf in den Archiven des Landes Salzburg nicht mehr auffindbar. Zur Erinnerung, das Anwesen des Oligarchen, das sogenannte Fischerhaus, liegt am Südofer des Sees. Zu der dreiteiligen Villa gehören mehr als zwei Hektar Wald und knapp 6600 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche. Das Rechercheprojekt Cyprus Confidential bewies im vergangenen November, dass das Anwesen über eine Briefkastenfirma und eine britische Treuhänderin in den Besitz der Familie Abramowitsch gelangte. Laut Grundbuch gehört das Fischerhaus mittlerweile der Oligarchentochter Anna. Eigentlich hat das Salzburger Grundverkehrsgesetz sehr strenge Regeln beim Verkauf von Liegenschaften an EU-Ausländer. Wieso klappte der Kauf dennoch? Das wollten die Grünen wissen, stellten eine Anfrage an Landesrat Martin Zauner. Fakt ist, die Landesregierung erteilte im Oktober 2007 eine grundverkehrsbehördliche Genehmigung zu dem Kauf. Der Akt zu dem Verfahren ist laut Zauner allerdings verschwunden. Die Dokumente würden weder in Papierform noch in elektronischer Form vorliegen. Eine Rückabwicklung des Kaufs, wie von den Grünen vehement gefordert, ist laut Zauner grundsätzlich möglich. Dafür bräuchte man jedoch die betreffende Treuhandurkunde. Diese liegt dem Land Salzburg allerdings nicht vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017